Moin, hier ist wieder Akifel. Heute mal mit einem Filmreview zu einer Dokumentation. Und zwar, ihr wisst es ja vielleicht auch wenn man mal ein bisschen rum guckt, was ich sonst noch so für Kanäle habe, gibt es da oben so schöne Buttons teilweise. Naja, Professional Wrestling ist halt auch eines meiner Hobbys. Ich schäme mich auch nicht das zu sagen, ich stehe dazu. Für viele ist halt diese Leidenschaft, deswegen sage ich das jetzt auch so blöd, und auch die Faszination mit der, ja, dass Professional Wrestling von seinen Fans verfolgt wird, ein wahres Mysterium. Ich meine, als Kids haben, ich kenne kaum jemand, der es als Kind nicht gefeiert hat damals, die meisten haben sich aber irgendwann abgewinnt und gesagt, das ist ja ein Fake-Sport, der ganze Humbug-Zirkus, ne, Stuntshow, braun-sinnig. Das ist Humbug, das ist Quatsch. Na, bei anderen sieht das anders aus, da ist die Leidenschaft halten geblieben. Und auch bei mir, ich weiß noch, 1991 fing das dann an, mit Freunden aber Sammelkarten gesammelt, die Figuren gesammelt, damit gespielt, in Tapes geguckt, wo die ganzen Veranstaltungen, die alten, aus den frühen 90ern und auch 3080ern, ne, das alles angeguckt. Und seit 1993 habe ich das aktive Geschehen seit dem King of the Ring immer verfolgt, mit einer kleinen Pause, die so, ja, ab 2002 bis, ja gut 2007 habe ich das Ganze ein bisschen aus den Augen verloren. Wahrscheinlich auch, ja, zumindest das aktuelle Geschehen, die Videospiele hat man immer noch gespielt, man hat sich immer noch irgendwie dafür interessiert, aber man hat es halt nicht mehr aktiv so verfolgt. Und, oder, 2007 hat sich das dann ja auch wieder geändert, seitdem ist man wieder aktiv dabei. Nicht nur bei der größten Promotion der Welt, World Wrestling Entertainment, sondern auch, ne, bei New Japan Pro Wrestling oder auch einigen anderen Promotions, zumindest zwischenzeitlich, ne, Pro Wrestling Reha, Total Monster of Action Wrestling, Ring of Honor und, und, und. Also, das ist ein riesen Wrestling Fan und nicht nur von einem Produkt, sondern von vielen. So oder so ähnlich dürfte das bei Regisseur David Sinnott auch ausgesehen haben, oder auch aussehen. Von ihm stammte ja schon die 2009 entstandene Doku Platz den Memoirs, in der viele Stars wie Mick Foley, Chris Jericho, Rob Van Damme, Keiji Muto, Schrägstrich The Great Muta, oder auch Roddy Piper zu Wort kamen. Ich meine, Roddy Piper kennen wir alle, ähm, auch aus vielen Filmen. Ich mochte ihn immer. Ähm, naja, mit Nine Legends kann jetzt zwar dieses Jahr, äh, 2016, ja, ich weiß gar nicht wann genau, ich schätze mal, relativ vor kurzem eine weitere Doku von Sinnott, ähm, auf dem Markt oder ins Internet. Und das hat ihm wohl auch einige Jahre Arbeit gekostet. Ähm, und wie der Titel verrät, geht's hier um Nine Legends, ne, um neun Legenden in der Welt des Wrestlings, beziehungsweise auch, ähm, der MMA. Den Anfang macht hier Bill Goldberg. Ähm, Bill Goldberg, der debütierte 1997 bei der damals dominierenden WCW und war einer der wenigen, die es in dieser Zeit geschafft haben. Trotz der NWO und auch der Popularität und des Fokus, es auf Hulk Hogan oder Hollywood Hulk Hogan, so wie er damals hieß, äh, und seine Fäden, ja, wirklich zu Staroon zu gelangen. Äh, wie gesagt, es haben nicht wenige geschafft, einfach weil große Egos von Hogan und den ganzen alten WWE-Stars oder WWF-Stars, ähm, neue Talente ungehalten haben. Und das war schon top, dass Goldberg das geschafft hat. Sein Traum war ursprünglich mal NFL-Profi zu werden, ne, aber einer Vernetzung zwang ihn halt, äh, diesen Traum, äh, Traum verfrüht aufzugeben. Und, ähm, er spricht halt vor allem über das Timing, das ihm zugute kam, hm, hm, als er dann angefangen hat, weshalb er auch seinen Ruhm so überhaupt erlangen konnte. Und halt auch darüber, wie er seine Rolle als Superstar, ähm, ne, und damals, gut, das muss man dazu sagen, haben allein in Amerika gut drei- bis viermal so viele Leute die WCW und die WWF eingeschaltet wie heute die Leute, die WWF einschalten. Also da reden wir wirklich von, ähm, den Nielsen Ratings, äh, weltberühmten, äh, Amerika, äh, also die haben zusammen eine Quote von über 10 erzielt. Das, ich will jetzt nicht lügen, das entspricht auf jeden Fall einem ganz großen Anteil der Leute, die damals, äh, Kabel Fernsehen schauen konnten in den USA. Ähm, naja, wie er, was er, wie er sich als seine Rolle als Superstar verstanden hat und vor allem, welche Verantwortung auch damit einhergeht. Und da kommt, erzählt Goldberg halt auch so ein bisschen drüber, über die Verantwortung, die man Kindern gegenüber hat, auch als Erwachsene allgemein. Und, ja, das ist durchaus interessant anzuhören. Als zweites folgt dann Rob Van Dam. Und, äh, ja, Rob Van Dam ist als einer der Superstars, der etwas undergroundigeren Extreme Championship Wrestling Promotion. Ja, war er dann halt auch Mitte der neun-, Anfang Mitte der neunziger einer, ein Teil der innovativsten Wrestling Liga, die die großen, beiden Großen inspiriert und das Pro Wrestling damit auch nachhaltig verändert hat. Äh, erwähnt halt auch, wie sehr Wrestler teilweise verehrt werden. Er vergleicht das mit Comic-Helden, also den ganzen Superhelden, die momentan auch über unsere Kinoleinwände flimmern. Hm. Aber er sagt auch, die wahren Superhelden, das sind halt andere, die wirklich das Böse bekämpfen. Hm. Ein ganz wichtiges Thema für ihn sind halt Drogen, so falsch das jetzt klingen mag. Geht bei ihm halt auch hauptsächlich um Marihuana. Jeder, der RVD schon mal von ihm gehört hat, Wrestling-Fan ist der weiß, weshalb. Na, ähm, er hatte deswegen halt auch schon öfter Probleme mit der WWF beziehungsweise WWE, mit der Wellness-Policy, die sie haben und halt auch mit dem Gesetz, ne, da er ja nun mal ein bekennender Kiffer ist. Seine Ausführungen zu dem Thema, muss man eigentlich sagen, sind, äh, durchaus interessant und erscheinen auch wirklich fundiert. Also, na, hat sich da wohl auch Gedanken gemacht und wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Er kämpft ja auch anscheinend aktiv dafür, dass unsinnige Verbote und so, äh, ja, eingeschränkt werden bzw. aufgehoben werden. Kann man halten, was man davon möchte. Wie gesagt, ich fand es interessant. Ich gebe ihm in vielen Punkten auch durchaus recht. Aber muss man denn schon selber sehen, in Amerika scheinen da ja viele Studien durchgeführt worden zu sein, die denn Ergebnisse gebracht haben, die manchen Leuten nicht so gepasst haben. Und deswegen hat man die dann verschwinden lassen. Na gut, äh, was auch sehr lustig ist, fast schon ironisch würde manch einer sagen, dass er auch aufs Hardcore-Wrestling, was in der EC-Dub sehr verbreitet war, eingeht. Und dass viele Wrestler halt auch, ähm, ja, lieber denn spektakuläre Spots, also irgendwo runterhüpfen, sich mit Tüschen und sonst was behaken, dass viele das auch einfach brauchen, weil sie gar nicht das Talent haben, richtig zu wrestlen. Und hier liegt, ähm, ja, er liegt hier komplett richtig. Nur, das machen viele. Der Witz ist, einige würden es ihm halt auch vorwerfen, dass er ja auch nur so ein paar gewisse Sachen macht. Und nun gut, ähm, dann geht er auch noch auf die Schwierigkeit der Beziehung ein und des Lebens on the road, weil die Wrestler ja teilweise, manche, viele unterschätzen, dass auch die sind teilweise 300 Tage im Jahr unterwegs und stehen irgendwo im Ring. In Hausshows, äh, wöchentlichen TV-Shows, großen Pay-Per-Views und so weiter und so fort. Es ist nicht, dass man da einmal im Monat im Ring steht und dafür einen Batzen Geld kriegt. Äh, und das ist natürlich, sorgt natürlich oft auch bei Beziehungen für Probleme. Äh, und, naja, er hat das selber, bei ihm lief das wohl immer glatt, aber er erwähnt auch, dass es bei anderen anders aussah. Bewegend wird es denn bei Ted DiBiase, dem Million Dollar Man, äh, hier jetzt mal keine große Eigenfotos, weil ich das Thema ein bisschen kurz halten möchte hier, ähm, er haben ja oft viele Wrestler-Probleme mit Alkohol oder auch Drogen, äh, äh, Schmerzmitteln, anabolisch Steroide, was auch immer. Ähm, das waren für manche, ist das auch so ein Weg, äh, so ein Loch zu stopfen, so eine Leere, die dann auch entsteht, wenn man dann halt so lange on the road ist. Hm, für Ted DiBiase selbst war das eher, äh, Sex oder Affären. Das führt dann halt auch dazu, dass seine Ehefrau hinter seiner Affären irgendwann kam und, naja, danach machte er einen starken persönlichen Wandel durch. Er fand zu Gott und ordnete seine Prioritäten komplett neu. Äh, äh, ist jetzt egal, was man von Religion halten mag. Ich persönlich bin absolut kein gläubiger Mensch. Ich halte auch von Religion nicht viel, egal, fast egal von welcher. Ähm, aber hier zeigt sich, dass es auch für den Einzelnen, für gewisse Personen auch wirklich was Positives sein kann. Und wenn sein Glaube, äh, sein Glaube ihm dann auch hilft, wirklich, äh, von einem, äh, umhervögelnden Arschloch, das auf seine Familie scheißt, ähm, ähm, zu einem Menschen zu werden, der dann sagt, ne, meine Familie geht mir jetzt über alles, ähm, wie gesagt, dann kann ich das auch nur gut heißen. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, man, das ist eine Geschichte, ich kann das schlecht zusammenfassen. Man muss es sich wirklich anschauen, äh, das ist wirklich recht bewegend. Die Biasi wirkt auch sehr, sehr ehrlich bei dem ganzen Thema. Und, und deswegen wirklich schön, den Million Dollar Man mal von der Seite zu sehen. Ähm, ein bisschen enttäuscht war ich von dem Segment mit Amy Dumas, äh, oder auch halt Lita. Äh, hier lasse ich jetzt auch mal die Pics kurz weg. Ähm, ähm, primär geht es in ihrem Segment, äh, neben ihrer Liebe zur lateinamerikanischen Kultur und auch ein bisschen wie ihre Beginne, wo Anfänge waren, ähm, hat man ja auch schon viel drüber gehört als Wrestling-Fan, äh, um ihre eigene Band. Und wie sich es darum als Wrestlerin halt nicht nur positiv darauf auswirkt. Äh, geht hier, ich muss mal kurz was berichten, äh, geht da vor allem auch darum, die Wrestling-Fans interessieren sich nicht für ihre Musik, ähm, und viele Musik-Fans sagen sich, das ist eine Wrestlerin, die gerne, oh, nehmen sie nicht ernst. Ähm, man lernt auch einiges über sie, äh, über sie, beziehungsweise ihre Persönlichkeit, ihren Charakter, also nicht ihren, ihr Gimmick, ihren inneren Charakter, sondern ihren persönlichen Charakter. Ähm, ja, doch der Fokus rückt mir teilweise schon ein bisschen stark vom eigentlichen Thema ab und es ist nicht wie bei DBHC, dass es denn bewegend ist. Es ist, ja, nicht uninteressant, aber dann doch relativ nichtssagend. Mike Tyson ist der Nächste, der drankommt und er in Dänemark zwar kein Wrestler sein, doch der hatte 1998 eine entscheidende Rolle in der Fede zwischen Shawn Michaels und Stone Cold Steve Austin gespielt. und die war immerhin einer der entscheidenden Punkte, die dann eine Wende in dieser, äh, ja, in diesem Kampf um die Quote zwischen der WCW und der WWF gespielt hat. Und ja, Tyson spricht vor allem auch darüber, äh, nicht nur ein bisschen darüber, wie das, wie viel Spaß ihm das auch gemacht hat, äh, äh, sondern er spricht auch darüber, wie ihm das, äh, mit seinen persönlichen Problemen, äh, geholfen hat. Er hat der WWE geholfen, die WWE war am Boden, damals nahe, ja, kurz vor dem Bankrott, vor dem Aus, genau wie er nach seiner, seiner Biss-Affäre gegen, äh, Evander Holyfield, äh, auch vor dem Aus stand. Und die beiden haben sich gegenseitig, die WWF und er haben sich den beiden gegenseitig geholfen und sich wieder auf die Beine gebracht. Das ist denn zwar ein sehr kurzes, auch verhältnismäßig kurzes Segment, kam mir zumindest so vor. Chris Jericho erzählt hier auch einiges, aber, nun gut, ich fand's auch durchaus interessant, äh, Mike Tyson hat ja auch schon anderen WWE-eigenen Dokus mit sich zu dem Thema geäußert und er scheint auch ein sympathischer Mensch zu sein. Also, damals der toughest SOB on the planet, ne, ja, gefährlicher Typ, huuuh, ne, aber er scheint ein korrekter Typ zu sein. Und er, er erzählt hier auch, hm, man glaubt ihm auch, dass er da, hm, auch am Boden war und sich dadurch, hm, 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 hm. Danach folgt mit Bret the Hitman Hart, einer der größten Helden meiner Kindheit, der auch in sehr viele tragische und einschneidende Ereignisse irgendwie verwickelt oder zumindest involviert war, und der außerdem zu einer der einflussreichsten Wrestling-Familien überhaupt gehört, Der Hart-Familie. Das alles reichte bei ihm von dem sogenannten Montreal Screwjob, einem der größten Skandale in der Wrestling-Welt, bis hin zum Tod seines Bruders Owen, war ein missglückter Stunt, als er sich von der Hallendecke abseilen wollte und halt auch all den Legenden und bis hin zu wirklich all den Legenden, die im Dungeon seines Vaters trainiert wurden. Hart selbst spricht vor allem erstmal über die Bedeutung seines Matches gegen den British Bulldog, das 1992 in England im Wembley-Stadion zwischen ihm und seinem Schwager, British Bulldog war sein Schwager, muss man dazu sagen, leider 2002 verstorben. Ja, es war beim SummerSlam einer der größten Main-Events bisher in der WWE-Geschichte, ein ausverkauftes Wembley-Stadion. Und da passen dann so in der Form natürlich mehr an als nur beim Fußball. Absolut atemberaubend. Er spricht halt über dieses Match, spricht auch ein bisschen über das 60-Minute-Iron-Man-Match gegen Shawn Michaels. Und nun ja, wie sehr hart das Wrestling verinnerlicht hat, also das, was Wrestling ausmacht und wie sehr er es liebt, das zeigt sich dann halt auch bei so einer Essenz, die er hier aus dem Ganzen zieht. Und er bringt das auf den Punkt, weshalb Millionen Fans weltweit das Wrestling auch so lieben. Denn Wrestling erzählt Geschichten. Und ja, es kann sehr viel Realität beinhalten. Das reicht von Verletzungen bis halt so wirklich Schicksal, die hinter den Wrestlern stehen, ein bisschen auch zu echten Emotionen bei dem Titelgewinn oder ähnlichem. Wer schon mal so eine Raw-Sendung gesehen hat, nachdem irgendein Superstar auf irgendwelche Art und Weise ums Leben gekommen ist, der weiß, dass da noch ein bisschen mehr hinter steckt als ein paar Affen, die da jetzt im Ring rumhampeln und irgendeinen Scheiß machen. Da stecken echte Emotionen hinter. Und das ist schon eine eingeschweißte Familie teilweise, auch wenn sie sich manchmal streitet. Und deswegen fand ich auch hier hart, er war damals einer der Helden meiner Kindheit, weil er so gut war und weil er auch ehrlich rüberkam. Und ich behaupte mal, bei all dem Scheiß, den er in seiner langen Karriere mitgemacht hat, man merkt ihm an, dass er das Business wahrscheinlich auch besser verstanden hat als viele andere Leute, die heutzutage im Business rumrennen. Er sagt auch, man merkt den großen Unterschied zwischen Wrestlern, die früher Fans waren und heute immer noch an sich Fans des Ganzen sind und irgendwelchen Arschgeigen, die, so sagt er es nicht, aber so sage ich das jetzt mal, irgendwelchen Arschgeigen, die halt Geld machen wollen. Aber gut, also deswegen sehr interessant, Bret Hart kann ich auch immer gut zuhören. Echte Emotionen trifft es denn vor allem bei Thomas Billington oder Tommy Billington, dem Dynamite Kid. Das ist wohl einer der größten Legenden aller Zeiten und einer der Vorreiter für den spektakulären Cruiserweight-Stil, wo halt nicht nur 120 Kilo Muskelhünen gegeneinander wrestlen, sondern agilere Wrestler. Der hatte auch damals eine Intensität und er war auch mit einer Begabung gesegnet, die vielleicht nur zwei, drei andere Wrestler in ähnlicher Art und Weise in die Wiege gelegt bekommen haben. Na, allen voran halt auch Chris Benoit, der ja auch ein sehr tragisches Ende genommen hat. Aber gut, er hatte legendäre Matches in Japan und Amerika gegen Tiger Mask 1 und ja, diese sollte auch jeder ernsthafte Wrestling-Fan mal gesehen haben. Die all die harte Arbeit, auch all die Jahre im Business, die haben letzten Endes neben einigen anderen Dingen auch ihren Tribut an ihm gefordert. Wie gesagt, er lebt inzwischen wohl auch relativ verarmt in einer Sozialwohnung in London, nee, in Liverpool. Also er hat nicht, es ist wirklich wie bei The Wrestler so ein bisschen, er hat wirklich ein hartes Leben inzwischen. Hat er wahrscheinlich auch immer schon. Nun gut, ist wirklich ein tragisches Schicksal, was den Dynamite Kipp befallen hat. Aber man muss auch sagen, dank seines sehr speziellen englischen Dialektes oder Akzentes ist er nicht unbedingt einfach zu verstehen. Aber wie gesagt, er ist wohl eine der tragischsten Persönlichkeiten im Wrestling-Business. Gerade weil er so ein großer Star war, so ein einflussreicher Wrestler und ja, nicht den Hall of Fame-Room, den andere haben gekriegt, gekriegt hat und ja, anscheinend wirklich aus der Familie ausgeschlossen lebt. Und naja, dann haben einige wohl auch noch versucht, das wie die BBC 2007, ja, das Ganze so ein bisschen sensationsgeil, Yellow Press mäßig aufzuziehen in der Geschichte um ihn. Und das ist das Schöne, das versucht Sinnet hier nicht. Er bleibt recht zurückhaltend und lässt ihn einfach er selbst sein. Kommt auch nicht das Gefühl rüber, dass man hier jetzt irgendwie, oh, Dynamite Kipp, wir haben es geschafft, ihn zum Interview zu bewegen und jetzt nutzen wir ihn mal richtig aus. Hauen wir mal Sensationsgeil einen raus. So ist das hier zum Glück nicht. Da merkt man wohl, dass Sinnet auch wirklich Wrestling-Fan ist. Naja, nach Willington folgt Randy Couture, der mal ein erfolgreicher Amateuringer war und eine der größten Legenden im MMA, also im Mixed Martial Arts-Bereich. Couture kennen wir ja vor allem alle aus der Expendables. Das heißt, okay, ich kann ihn aus der UFC, aber gut, das ist ein anderes Thema. Der spricht vor allem über diese schwierige Transition, diesen schwierigen Einstieg vom Amateur-College-Wrestler in den Mixed Martial Arts-Bereich. Aber halt auch diese Verantwortung als Prominenter, die man da hat, diese Vorbildfunktion und alles sowas. Mich persönlich jetzt hier noch ein bisschen stärker interessiert, wie er selbst konkret zum Pro-Wrestling steht. Lässt es ein bisschen durchscheinen, als er über Kurt Angle redet, aber ganz konkret wird er da leider nicht. Ich hätte mal gern aus dem Mund eines MMA-Kämpfers gehört, was dafür unter... wo er gewisse Unterschiede, die offenkundig sind zwischen MMA und UFC, auf der einen und Wrestling und der WWE auf der anderen Seite sieht, aber wo auch die Gemeinsamkeiten liegen. Denn, also ich sehe da viele Gemeinsamkeiten, die manch ein MMA-Fan auch gar nicht wahrhaben möchte. Na gut. Letztes im Mund ist dann Chris Jericho. Im Wrestling-Fans brauchen Sie nicht erzählen, der war technisch immer begabt, der war sehr athletisch, und vor allem hat er ein unverschämtes Charisma und unglaubliche Redegewandtheit. Und damit war er in den 90ern überall, oder seit den 90ern überall, wohin ging es dann. In Japan, in Mexiko, in der ECW, in der WCW, dann in der WWE, WWF, WWE. Und naja, für ihn ist der entscheidende Punkt, der Vergleich zur letzten Kuh, da wurde er 2006 wohl interviewt und gefragt, wo er sie in fünf Jahren sehe. 2011 fand dann das Interview für 9 Legends statt, so wie ich es verstanden habe, und das hatte sich einiges geändert, da Jericho seinen Fokus stärker auf seine Band vor sie gelenkt hatte. Jericho macht aber auch unmissverständlich klar, weshalb dieser Wandel stattgefunden hat, weshalb er kam, dass er in meinem Herzen auch schon Musiker war, seit er zwölf Jahre immer in einer Band war. Und nun ja, deshalb auch immer wieder, trotzdem war er wieder zum Wrestling zurückkehrt, aber halt sein Fokus momentan überwiegend auch auf der Band liegt. Und das glaube ich ihm auch. Und wenn er sagt, dass er, wenn er was macht, macht das 100 Prozent. An sich, ja, das ist der Chris Jericho, den man im Ring auch immer gesehen hat, den man auch auf Konzerten dann gesehen hat. Muss man jetzt die letzten, ein paar Veranstaltungen bei WWE, momentan ist er ja wieder da, sagen, aber gut, haben wir ihm das nächste Vorwurf machen, ich mag ihn ja. So. Über die ausgewählten Persönlichkeiten braucht man da nicht diskutieren oder streiten. Das sind alle definitiv Legenden. Ob man nun wirklich ein Fan von ihnen ist, oder nicht. Die Frage ist letzten Endes, was will Synod uns mit Nine Legends wirklich sagen. Wir haben viele Dokus zu dem Thema. Ja, diese widmen sich teilweise speziellen Epochen oder speziellen Ereignissen oder auch deren Nachwehen. Manchen speziellen Superstars und, und, und. Für Wrestling-Fans gibt es da oft nette Anekdoten. Es gibt auch einige Einblicke ins Business und auch ein paar andere Sachen. Manche Filme rücken das Geschäft auch in etwas düsteres Licht, wie zum Beispiel das meiner Ansicht nach atemberaubende Drama The Wrestler von Darren Aronofsky aus dem Jahr 2008. Das vor allem aber auch zeigt, wie sehr ein Mann an dem Ruhm zerbrechen kann, insbesondere wenn der Ruhm vorbei ist. Es ist nicht mal unbedingt böse gegen das Wrestling gemeint, dass das da teilweise so düster und es war einfach nur ein gutes Mittel, um das zu transportieren. Gerade wenn man denn halt jemanden wie Dynamite Kid bedenkt. Aber egal, Nine Legends gestaltet sich meiner Ansicht nach hier als bunte Mischung. Die Beasi und Billinken sind jede auf ihre Art und Weise sehr bewegend und liefern Stoff zum Nachdenken. über das Business. RBD ist fein politisch motiviert, wobei ihn das meine Augen nur sympathischer macht. Ich war nie ein RBD-Fan. Ich konnte mir seine Matches nur bedingt angucken. Hier muss ich das nur sagen, also Dana wirklich Punkte bei mir gewonnen. Ich fand es super sympathisch, wie er es rübergebracht hat. Von daher, scheint ein korrekter Typ zu sein. Tyson ist ein schönes Beispiel dafür, was auch am Business positiv laufen kann, dass das Wrestling jemandem etwas geben kann. Wird auch von einigen anderen erwähnt, gerade von Brad Hart, dass da Values transportiert werden können, nicht müssen, können. und Tyson steht für mich auch so ein bisschen dafür. Goldberg und Hart, wie gesagt, die zeigen halt, dass Werte vermittelt werden können, dass es auch in der Verantwortung der Leute liegt. Während Jericho und Amy Dumas eher zeigen, wie das Leben als ehemalige Wrestler in einer neuen künstlerischen Laufbahn laufen kann. Einmal etwas positiver, nach dem Motto, Chris Jericho ist immer noch ein fucking Star, auch mit seiner Rockband, mit M-Tracks zusammen aufgetreten, auf Festivals und so weiter und so fort. Dann einmal auch ein bisschen negativer mit Amy Dumas, die dann halt sagt, viele nehmen, viele Wrestling-Fans nehmen das nicht, wo interessieren sie nicht für die Musik, Musik-Fans nehmen mich nicht ernst, weil ich nur eine Wrestlerin bin. Und Kultur, ja, ich mag Randy Kultur, er ist definitiv eine Legende, irgendwie fehlt mir hier aber noch ein bisschen der Bezug zu dem Rest der illustren Truppe, außer dass er eine Legende ist, weil das hat mit dem Thema Wrestling, mit dem Amateur-Wrestling, ja, aber mit dem anderen Wrestling-Business eigentlich herzlich wenig zu tun, was er da erzählt. Darf man jetzt nicht falsch verstehen, ich fand Nine Legends recht unterhaltsam, die kurze Rahmenhandlung, auf die ich bisher gar nicht eingegangen bin, die ist auch nicht so Banane, wie sie klingen mag, ich lasse das jetzt auch mal außen vor, weil darum geht es ja eigentlich gar nicht, und es bietet durchaus auch interessante Anekdoten und Ansichten, aber in erster Linie lernen wir hier neun Legenden ein Stück weit näher kennen, als wir sie vielleicht vorher kennen kannten oder kennengelernt hatten und wir lernen sie vielleicht auch ein Stück weit mehr schätzen. für Fans von Pro-Wrestling ist das unter Umständen großartig und definitiv interessant, allen anderen mag es vielleicht noch zeigen, dass Wrestler halt keine tumpen Kloppsköpfe sind, sondern wirklich Performing Artists, nenne ich jetzt mal, die etwas darstellen, die künstlerisch etwas darstellen, teilweise halt aber auch mit wirklich bewegenden Geschichten im Hintergrund. Wer sich aber nun wirklich erhofft hat, 9 Legends möge ein besseres Verständnis oder tiefer Einblick in das Business geben, der ist hier falsch am Platz. Also mir gefiel das meistens alles sehr gut, ich habe ja schon ein bisschen gesagt, wo ich ein paar Kritikpunkte sah, beziehungsweise wo meine Aufmerksamkeit denn nicht so, oh, das ist interessant. Aber ob das jedem so gehen dürfte, dass es den meisten überwiegend recht gut gefällt, ich befürchte mal eher nicht. Dafür bietet es Außenseitern zu wenig echte Informationen, die sie weiterbringen. Dafür fehlt ihnen vielleicht teilweise auch der Bezug zu den ja, den dementsprechenden Legenden. Aber gut, ich bin erst mal durch, habe jetzt hier sehr viel gelabert, ohne Bilder zu zeigen. Ist teilweise auch schlecht, weil ich kann hier keine schönen Bilder aus dem Film zeigen, weil ich kann höchstens was für den Superstars oder den Wrestlern. Gut, aber ist auch egal. Hoffe, ich konnte so einen ganz guten Eindruck zu der Doku vermitteln, auch nur für wen es interessant sein könnte und für wen eher nicht. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder rein, dann wird etwas, was nicht mit Wrestling zu tun hat. Aber gut, bis denn.